Oh mein Gott, mein Gott. Also es ist kaum zu glauben. Wir haben es tatsächlich geschafft, auf die Fähre zu kommen. Und das Universum hat sich... Da scheint es irgendeine Kraft zu geben, die will nicht, dass wir eine Motorradtour machen. Also erstmal, wir hatten einiges an Gepäck. Bi hat noch Secondhand-Klamotten gekauft, die sie dann auf dem Markt im Prasad verkauft. Und wir hatten so drei Kisten, drei Kartons mit Gepäck nach Hause zu schicken. Jetzt haben wir Carrie heute Morgen angerufen. Die haben so einen Abholservice. Das ist so ein privater Post-Service hier. Und die sagten, sie kommen so zwischen 13 und 17 Uhr. Da dachte man schon, oh wow, 13 und 17 Uhr. Selbst wenn die pünktlich sind, dann wird das ganze verdammt knapp. Aber wenn die um zwei oder um drei erst kommen, dann macht das ganze Losfahren gar keinen Sinn mehr. Also haben wir uns darauf eingestellt, dass wir morgen fahren. Wir sind in Richtung Strand, um eine Runde am Strand zu drehen. Und dann kommt natürlich der Anruf, Carrie ist da. Also schnell zurückgerannt, die Kisten zugeklebt und abgegeben, alles gepackt und zusammengeräumt. Und beim Zusammenräumen... Es ist unglaublich. Beim Zusammenräumen kommt dann das nächste Problem auf. Und zwar müssen wir jetzt relativ schnell nach Hause. Eigentlich in drei Tagen. Wir haben einen Käufer, also der Makler hat einen Käufer für ein Stück Land gefunden. Und das ist alles soweit abgewickelt und die wollen am 31. das Ganze über die Bühne bringen. Wir haben heute den 27. Und jetzt haben wir hin und her überlegt, was wir machen. Fährt wie alleine mit dem Bus oder fliegt sie, kommt sie zurück, gehe ich weiter aufs Boot und ins Wasser. Hin und her, hin und her. Und ja, wir haben uns dann entschieden, wir machen eine zügige Runde mit den Motorrädern zurück nach Hause. So über fünf Tage hin, genauso wie wir hergekommen sind. Also nichts mit schön gemütlich so durchs Landen, sondern alle sich anschauen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es von da aus dann weitergeht. Ah, es ist unglaublich. Ja, da unten steht es hier. Das ist die neue. Eine Honda CB500F. Ja, das Motorrad macht richtig Spaß. Das hat gut Kraft. Das läuft wie auf Schienen. Ich freue mich jetzt schon da wirklich, zumindest mal fünf Tage. Es ist unglaublich. Und da habe ich noch nicht mal alles erzählt, was dann noch so für Dinge kamen, die fast die Rückfahrt heute. Es ging hin und her, hin und her. Aber anyway, ich freue mich jetzt auf die nächsten paar Tage. Und ich werde so viel filmen wie geht und weiter dabei lernen und euch mit auf den Weg nehmen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir von der Fähre runter sind. Ja, die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, ist schon wieder eine Weile her. Das war auf der Fähre von Koh Samui aufs Festland. Nachdem ich die Aufnahmen gemacht hatte, habe ich die Kommentare zum letzten Video gelesen. Und wow, die haben mich ziemlich umgehauen. Und ich bin unglaublich dankbar für die Kommentare, weil die sind sehr, sehr helpfull. Sehr, sehr hilfreich. Ich habe mich so ein bisschen festgehangen gehabt an dieser Idee, so einen Reisekanal zu machen. Und euch so ein typischer, so im Vlog-Stil, euch durchs Land zu führen. Und ja, irgendwie habe ich mich da so festgebissen. Und die Idee war, euch visuell mehr bieten zu können, als immer nur hier in unseren Garten auf- und abzulaufen. Und intellektuell ist es auch ein bisschen einfacher, weil ich kommentiere einfach so das, was geschehen ist. Und bin mit euch quasi unterwegs. Aber das ist ja gar nicht, was ihr sehen wollt. Das macht es auf einer Seite einfacher, weil so dieser persönliche Stil ist wesentlich einfacher zu drehen. Aber ist intellektuell ein bisschen schwieriger. Man muss sich wesentlich mehr Gedanken machen, was man sagt und so weiter. Aber ja, ich habe Ideen. Und ja, keine Sorge, ich habe noch lange nicht vor, den Kanal aufzuhören. Und 100 Videos sind wir noch eine ganze Ecke weit von entfernt. Wir sind jetzt noch nicht mal bei 40. Also man wird mich schon noch eine ganze Weile auf YouTube sehen können. Und ich werde nicht vorher aufgeben. Ja, in den letzten Wochen habe ich viel nachgedacht. Vor allen Dingen über eure Kommentare, die ich noch beantworten werde, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Ich lese immer alle Kommentare. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Kommentare. Und ja, das hilft mir, um die Ausrichtung des Kanals endlich so diesen roten Faden zu finden, um mich dann auf etwas konzentrieren zu können. Und ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Und die letzten Monate, ja fast ein Jahr, habe ich quasi Bestandspflege gemacht mit dem Kanal. Ich habe Videos gemacht, die eigentlich nur für euch interessant sind. Die, die den Kanal kennen, aber halt keine Chance darauf haben, irgendjemanden neuen irgendwie einzufangen. Und ja, mir war immer klar, damit der Kanal weiter wachsen kann, muss ich etwas machen, das anders ist. Und ja, es ist nicht der Travel Vlog. Es sind andere Sachen. Gib mir noch ein bisschen Zeit, um meine Ideen so richtig ins Herz zu bringen. Und ich bin im Moment noch so in dieser faulen Stimmung, in dieser Trägheit, in der ich noch festhänge. Und sobald ich da raus bin, denke ich mal, dass ich Gas geben werde und dann hoffentlich interessanten Content, also interessante Videos machen werde, die nicht nur euch interessieren, sondern auch neue Zuschauer. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Das bedeutet mir unglaublich viel. Man hört das immer mal wieder von YouTubern, dass die sagen, ja vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel. Als Zuschauer, ja macht man sich gar keine, als Zuschauer kann man gar nicht so richtig verstehen, dass der das da ernst meint oder diejenige. Und wirklich, die Kommentare vom letzten Video sind wahrscheinlich mit Abstand die bedeutendsten und wichtigsten Kommentare in dem Kanal bisher. Und die haben mir so viel bedeutet. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Bis bald, bis bald. Bis bald.